ja und da sind wir wieder in folge von let's cheat gothic 1 ja wenn man auch mächtig 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 im cheaten stört mich mittlerweile auch gar nicht mehr zu ende kriegen weil es auch ein bisschen witzig ist wiederum ach ich frage lieber nicht so ich habe dieses blum blum irgendwie das heißt das dürfte sogar jetzt gehen so ne so nützes problem weg in den unterirdischen schläfer tempel okay also wir sind anscheinend jetzt irgendwie in dem schläfer tempel warte mal ich muss mir eigentlich mal gerade eine richtige karte geben nein das alles nicht da also insert mit der ganzen mit allem drum und dran und da merke ich nämlich auch dass ich hier nicht ganz richtig bin doch ich weiß es noch nicht muss ich gucken nachher ist das vielleicht doch der eingang ich muss gerade mal gucken so ne 24 ist der eingang zum schläfer tempel okay so weit so gut oops у noch weit un un und Mmh, 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 mmh. Mmh, 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 mmh. Interessante. Hm. Ähm. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwas nicht so läuft wie ich will. Rockschamanen. Nix, nix, nix. Wenn ich jetzt hier hinter will, dann... So. Was ist denn hier? Das ist die große Frage. Wieso ist das hier so dunkel? Huch. Aha. Okay, das habe ich schon mal geschafft. Äh... Muss ich jetzt aber auf den speichern. Äh... Okay, hier ist der Schläfertempel. Levertempel, das ist schon mal etwas. Okay. Okay. So. Äh... Du, du, du... Finden wir den Schläfer. Und töten wir den Schläfer. Naja... Naja, gut. Dann nehmen nichts. Ähm... Ähm... Ich frage mich... Äh... Was macht der Schalter? Äh... Aha. Okay. Irgendwie Rätsel oder so. Keine Ahnung, kann ich mich jetzt nicht so mit aus... Willst es ja scheinbar nicht anders. Ich weiß nicht, was das bringt. Okay. Was ist das? Skelett Magier. Okay. Da ist irgendwie eine Armee. Wieder ein großer Raum. Das heißt ja immer eigentlich was Gutes. Noch ein Skelett Magier. Erdbeben! Gestern wieder übrigens diese Videos gesehen von, ähm... dem Fukushima Erdbeben, wollte ich sagen. 2011er Erdbeben da. Äh... Was kommt jetzt? Ist immer wieder so gruselig. Geilo Kamerafahrt. Wer bist du? Ah... Ach, hab ich doch nicht schonmal getötet? Ich hab dich doch schonmal alle getötet. Jetzt muss ich diese ganzen Priester einmal alle töten oder was? Ah... Ja, klar, die habe ich alle schon getötet. Was hab ich hier? Ne Spruchrolle. Ah, ja. Ähm... Okay, das hat mich jetzt nicht so viel weitergebracht. Was ist das da unten? Ich brauche noch mehr Licht. Temple Mind Crawler. Ähm... Ähm... Ja, gut. Ähm... Mein Caller, ähm, aber wo muss ich wirklich hin, ist das Problem? Ist ja alles schön und gut, aber bringt mir halt nichts, wenn ich nicht weiterkomme, ne? Äh, und was ist das hier unten? Ist das prinzipiell safe oder eher nicht so? Es scheint, als wäre es dem nicht so. Ähm. 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 Startpoint? Nee. Go to Waypoint. Hallo. Mann, warum geht denn mein Internet-Proße auf dem Handy wieder mal nicht? Äh. 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 Okay. Dann eben, oh, w, path 10, der ging ja schon mal. Okay, dann geht das eben gar nicht auch gut. Äh. 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 Ja, ich muss das Spiel gerade mal kurz beenden. ist ja gar kein problem so es wird fresh gestartet so ja 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 ich muss ja irgendwie in den Tempel selbst so alles andere ging ja nicht äh ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.